Antarius, der Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine. Ich bin Chris Burger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Also, mach dich bereit und lass uns gemeinsam die spannende Reise antreten, die dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandelt. In dieser Folge geht es darum, wie du richtig gute Mitarbeitendengespräche führen kannst. In der Folgenserie 14 habe ich grundsätzlich über Kommunikation als Führungskraft gesprochen und dir die Konzepte von Thomas Gordon aufgezeigt. Hier geht es nun um ganz konkrete Gesprächsformate. Als Führungskraft müssen wir durch andere Menschen Resultate erzielen. Das gelingt nur mit guter Kommunikation. Kommunikation ist darum auch eines der wichtigsten Werkzeuge einer Führungskraft. Ein Teil der Kommunikation geschieht über das wöchentliche Teammeeting. Wie du dieses am besten durchführen kannst, erfährst du in der Folge 13 dieses Podcasts. Weitere Formate sind die Quartals- und Jahresworkshops, aber auch die State of the Company, bei dem das Führungsteam der ganzen Belegschaft die Pläne für das Jahr und das Quartal kommuniziert. Ein ebenso wichtiger Teil der Kommunikation läuft aber unter vier Augen. Nur da haben wir eine Situation, in der wir auch heikle Themen ansprechen und mit unseren Mitarbeitenden ins Coaching gehen können. Genau um diese Gespräche soll es im Folgenden gehen. Einzelgespräche mit der Chefin sind nicht für alle Mitarbeitenden gleich erfreulich. Das kommt daher, dass viele Führungspersonen nur dann mit ihren Mitarbeitenden sprechen, wenn sie Kritik anbringen möchten. Wie ich aber in Folge 14.2 erklärt habe, müssen wir auch in guten Zeiten kommunizieren. Wir verhindern damit Fehler und Missverständnisse. In vielen Firmen finden Einzelgespräche einmal im Jahr statt, wenn der Performance Review stattfindet. In diesem Meeting wird auf das vergangene Jahr zurückgeschaut und die Ziele für das kommende Jahr werden festgelegt. Meist sind das aber reine Alibi-Übungen, die nur durchgeführt werden, weil die Geschäftsleitung das so bestimmt hat und die Personalabteilungen die Protokolle einfordert. Wenn gleichzeitig noch eine gaussische Normalverteilung bei der Mitarbeiterbeurteilung vorgeschrieben wird und diese dann auch noch über Gehaltserhöhungen und Beförderungen entscheidet, verkommt das Ganze sowieso zur Lachnummer. Selten bewirken solche Systeme eine Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und Beförderungen werden unter der Hand vergeben. Das oben genannte System mag in vielen Grossbetrieben üblich sein. Zielführend ist es nicht und in einem KMU können wir uns solch demotivierende Prozesse nicht leisten. Ich plädiere dafür für ein anderes, ein proaktives Modell. Mitarbeitende sollten regelmässige Vier-Augen-Gespräche mit ihrer vorgesetzten Person haben. Die Frequenz ist dabei auszuhandeln. Kurz nach der Einstellung und während der Probezeit sollte die Frequenz hoch sein. Ich empfehle, da mindestens einmal pro Woche einen kurzen Abgleich von 15 bis 30 Minuten zu machen. Mit der Zeit kann die Frequenz allmählich reduziert werden. Sie sollte aber nicht unter vier Terminen pro Jahr sinken. Weshalb werde ich gleich noch erklären. Bei den regelmässigen Vier-Augen-Gesprächen kannst du so vorgehen, dass ihr einen kurzen Rapport macht, in dem ihr auf die aktuellen Befindlichkeiten eingeht. Das kann und soll durchaus auch private Elemente enthalten. Als Führungsperson sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns gegenüber den Mitarbeitenden offenbaren, ohne natürlich ins Oversharing abzurutschen. Anschliessend geht ihr eure konstante Liste mit Themen durch und besprecht diese priorisiert. Nach jedem Thema entscheidet ihr darüber, wer bis zum nächsten Mal was erledigt. Zum Abschluss zieht ihr Bilanz über das Meeting, überlegt jeweils, ob ihr noch immer die richtige Frequenz habt und ob das Treffen zielfühlernd war. Einmal im Jahr solltet ihr ein spezielles Meeting anbehalten, das Quartalsgespräch. Was das genau ist und wie es funktioniert, erfährst du gleich. Das Quartalsgespräch ist ein Vier-Augen-Gespräch, das du mit allen deinen direkten Mitarbeitenden einmal im Quartal durchführen solltest. Es dient dazu, einander gegenseitig Feedback zu geben und gemeinsam besser zu werden. Das Meeting sollte in der Mitte des Quartals stattfinden, also möglichst genau zwischen den zwei Quartalsworkshops des Führungsteams. Du solltest es gleich am Anfang des Quartals mit allen deinen Mitarbeitenden terminieren, damit sich diese die Zeit dafür reservieren. Und du auch. Auch empfehle ich dir, die Gespräche persönlich und vor Ort durchzuführen und nicht per Videokonferenz. Als Ort wählst du kein Sitzungszimmer, sondern eine Location, in der ein entspanntes, informelles Gespräch möglich ist. Das kann ein Restaurant sein, in dem ihr euch zum gemeinsamen Mittagessen trefft oder auch ein Café. Wenn beides nicht möglich ist, könnt ihr auch auf einen Spaziergang gehen. Setze den Termin auf ca. 45 Minuten an. Als Vorbereitung auf das Meeting füllst du und deine Mitarbeiterin das Talent Assessment aus. Du bewertest den Mitarbeiter und der Mitarbeiter bewertet sich selber in Bezug auf den Kulturwert, also Right People, und den Leistungswert, Right Seed. Du kannst der Mitarbeiterin auch noch ein paar Fragen mitgeben, die sie zur Vorbereitung für sich beantworten soll. Macht euch Notizen bei der Vorbereitung und bringt sie mit dem Talent Assessment ins Meeting mit. Beachte, dass es sich bei dem Meeting nicht um einen formalen Performance Review handelt und kommuniziere das deinen Mitarbeitenden auch so. Es geht um ein informelles Gespräch zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Grundsätzlich dreht sich das Gespräch um drei Dinge. Die Werte des Unternehmens, die Position und Rollen der Mitarbeiterin und die Projekte bzw. Rocks der Mitarbeiterin. Beginne das Gespräch mit ein paar Erklärungen. Es handelt sich nicht um einen formellen Performance Review. Es geht darum, gegenseitige Erwartungen abzuholen und abzugleichen. Du möchtest vor allem zuhören. Es geht darum, die Beziehung zu verbessern und sich gegenseitig zu helfen, besser zu werden. Den Ablauf des Gesprächs kannst du wie folgt strukturieren. Erstens, was funktioniert. Frage den Mitarbeiter, wie gut er aus seiner Sicht unterwegs ist. Gib ihm positives Feedback. Zweitens, was funktioniert nicht. Frage den Mitarbeitenden, wo er seine Schwierigkeiten hat und die Erwartungen nicht erfüllt. Gib ihm hilfreiche Unterstützung. Biete deine Hilfe an. Drittens, nächste Schritte. Frage den Mitarbeiter, was er tun möchte, um sich zu verbessern und zu entwickeln und wie du ihm helfen kannst. Beachte, dass er nicht die Verantwortung dafür dir überlässt. Viertens, Feedback einholen. Bitte die Mitarbeiterin um Feedback zu dir als Chefin. Was kannst du tun, um dich zu verbessern? Teile ihr mit, wie du dich fühlst und wie sie dich unterstützen kann. Ein solches Gespräch einmal im Quartal kann Unglaubliches bewirken und kann einen formellen Beurteilungsprozess bei weitem übertreffen. In solchen Gesprächen kommen immer wieder drei Typen von Problemen auf. Erstens, Probleme, die nicht gelöst werden können. Hör zu und anerkenne diese. Du musst sie weder bewerten noch lösen. Zweitens, Probleme, die du als vorgesetzte Person lösen musst. Nimm sie entgegen und vereinbare die weiteren Schritte. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Drittens, Probleme, die der Mitarbeitende lösen muss. Hilf dem Mitarbeiter, Lösungsansätze zu finden und definiert zusammen weitere Schritte. Mach die Probleme aber nicht zu deinen. Noch ein paar Worte zu Lohnverhandlungen. Trenne diese immer von anderen Gesprächen. Bei Lohnverhandlungen sind immer Gegner am Tisch. Sie sollten darum ausserhalb von formellen oder informellen Leistungsgesprächen stattfinden. Zum Schluss wieder die Zusammenfassung der Folge. Führen heisst Kommunizieren. Regelmässige, gute Mitarbeitergespräche sind ein wichtiges Instrument für gute Führung. Führe Vier-Augen-Gespräche so oft wie nötig. Berücksichtige dabei deine Bedürfnisse und die deiner Mitarbeitenden. Mindestens einmal im Quartal solltest du ein informelles Quartalsgespräch durchführen. Ziel dieses Quartalsgesprächs ist es, deine Mitarbeitenden zu Spitzenspielern zu coachen. Mehr Informationen dazu findest du im Buch How to be a great boss von Gino Wickman und René Beware. Den Link auf das Buch findest du in den Shownotes. In der nächsten Folge möchte ich dir aufzeigen, wie du Klarheit für dich selbst gewinnen kannst mit Hilfe von Denkpausen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg und Spass mit deinem Business. Bis zum nächsten Mal. Das war Antarius, der Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest wertvolle Impulse mitnehmen, die dein Unternehmen weiterbringen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung und Weiterempfehlung. Hast du Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen, dann schreib mir bitte eine E-Mail oder buche einen Termin mit mir. Ich freue mich auf jede Rückmeldung. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, Unternehmertum ist ein Handwerk. Mit den richtigen Methoden und Tools kannst auch du dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandeln. Unternehmertum ist ein Handwerk.